In diesem Video geht es um die Ahmadiyya Sekte. Wir hatten schon vor acht, neun Jahren geplant und eine Serie gemacht über die Ahmadiyya Sekte. Mehrere Videos, über 20 bis 30 Videos haben wir hochgeladen über YouTube. Und ein Video nach dem anderen wurde entfernt von YouTube, weil die Ahmadiyya einfach reklamiert haben und gesagt haben, ne, sie sind damit nicht einverstanden und unsere Videos wurden einfach gelöscht. Wir fangen jetzt wieder mit der Serie an und zwar die Ahmadiyya Sekte. In diesem Video geht es vielmehr darum, ob der letzte Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, im Koran vorkommt, weil immer wieder heißt es, der Khatum el-Nabi'in. Ja, Khatum el-Nabi'in bedeutet der Siegel der Propheten, der beste Prophet, der beste gesetzgebende Prophet. Immer wieder kommen die damit an. Wir wollen hier mit diesem Video zeigen, dass Khatum el-Nabi'in, ja, in den Surat al-Aqzab, Ayah 33, Vers 40, auch der letzte Prophet geschrieben steht. Nicht nur der Siegel der Propheten. Und wir werden es jetzt zeigen. In der Ayah heißt es, Muhammad ist nicht der Vater einer eurer Männer, sondern der Gesandte Allahs und der Siegel der Propheten. Das steht so geschrieben. Nun sagen die Ahmadiyya, der Siegel der Propheten und nicht der letzte Prophet. Normalerweise heißt Siegel der Propheten ein Prophet, der das Ganze vollendet hat, der das beendet hat. Das Prophetentum ist beendet. Kommt kein Prophet mal. Der letzte Prophet ist damit gemeint. Laut der Ahle Sunnah wa Jama'ah. Aber sie sagen, nein, das steht geschrieben, der Siegel der Propheten. Das kann doch immer noch bedeuten, dass noch ein Prophet nach dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, kommen kann. Nun, bevor wir jetzt hier zu Propheten und Siegeln kommen, ob das Prophet der Letzte bedeutet oder der Siegel der Propheten bedeutet, kommen wir erstmal zu dem Wort Nebba. Ja, Nebba ist das Wort, was heißt einfach nur verkündigen, Nachricht senden. Ja, Nachricht senden. Also Allahs. Allahs. verkündigt eine Nachricht. Ja, zum Beispiel Allahs. 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 Sankt in Kur'an, Surah Maida, Ayah 27. وَتْلُ أَلَيْهِمْ نَبَ أَبْ نَيْ أَدَمَ Also es heißt mehr Nebba, heißt eine Sache verkündigen. Ja, und das Wort, also Nebi, ja, das stammt von diesem Wort Nebba. Ja, also von einer Sache verkündigen, eine Nachricht weitergeben. Und Allahs Nachricht ist was? Ist die Offenbarung. Genauso wie Allahs. Sankt in Surah 3, Ayah 44, sagt, سَلِكَ مِنْ أَنْبَئِ الْرَيْبِ Dies gehört zu den Nachrichten vom Verborgenen. Also Nachricht, Nebba, bedeutet einfach die Nachricht. Und das Wort Nebbi, ja, was Prophet bedeutet, weil Allahs. Sankt in Kur'an, leitet die Propheten eine Nachricht. Ja, eine Nachricht. Und das Wort Allahs wird weitergeleitet an den Propheten. Und das ist Nebba. Und das stammt, also Nebbi, Nebi, stimmt, stammt von diesem Wort Nebba ab. Ja, deswegen bedeutet das Wort Nebbi, also gesehen, das Wort Allahs, verkündigen, die Nachricht Allahs weitergeben oder verkündigen, wie auch immer. Das ist Nebba, Nebi. Jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er ist ein Gesandter und der Siegel der Propheten. Gesandter, ja, ist der klar, weil manche wissen es nicht. Die Ahmadiyya wissen gar nicht, was ein Gesandter bedeutet, was Nebbi bedeutet. Gesandter, jeder Gesandter ist ein Nebbi, ist ein Prophet, aber jeder Nebbi ist kein Gesandter. Ja, das ist nochmal Ijma, Konsens der Gelehrten von der Ahl-Sunnah wa Jama'ah. Die glauben, also wir glauben daran, dass jeder Nebbi kein Gesandter ist, kein Rasul Allah ist, aber jeder Rasul, Allahs Rasul, ist ein Prophet. Wie kann das passieren? Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Nur kurz gefasst. Nebbi ist ein Prophet, der die Nachricht bekommt Allahs. Und dieser Prophet muss nicht verkündigen an die Leute. Oder die Nachricht Allahs, das Gesetz kann sich nicht ändern durch ein Nebbi, nicht unbedingt. Doch durch ein Rasulullah kann die Botschaft Allahs, die davor zum Beispiel Moses war, kann sein, dass man im Propheten die Gesetzgebung sich ändern kann. Also ein Rasulullah kann die Gesetze verkündigen an alle Menschen erstmal und die ändern. Aber ein Nebbi ist anders. Ein Nebbi folgt das Gesetz so gesehen von dem Propheten Rasul davor. Also zum Beispiel Moses war ein Rasul. Rasulullah, also ein Gesandter Allahs. Doch Adam war ein Nebbi gewesen. Er hat das Wort Allahs bekommen und war ein Prophet gewesen, aber kein Rasul. Der erste Rasul, sagen die Gelehrten, ist Noah. Noah ist der allererste Rasulullah, also der Gesandte Allahs. Und der letzte Rasul ist der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Genauso wie Jesus war auch ein Rasulullah gewesen, also ein Gesandter und ein Prophet gewesen Allahs. Aber wie gesagt, jeder Prophet ist kein Gesandter, doch jeder Gesandter ist ein Prophet. Und Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt in Surat al-Aqsa, in dieser Ayah aus dem Koran heißt es, Mohammed ist ein Rasul, Rasulullah, und der Khataman Nebbi'in, der Siegel der Propheten. Warum heißt nicht der Siegel der Rasulullah, der Rasul der Gesandten? Nein, weil wenn das so wäre, dann könnte man auch anders verstehen aus dem Koran, dass noch ein Prophet kommen kann. Aber er ist Rasulullah, er ist mehr als ein Prophet, sagt Allah sallallahu alaihi wa sallam im Koran, und er ist der letzte aller Propheten, weil Propheten sind wie gesagt kleiner, als die Gesandten Allahs. Deswegen, er ist der Gesandte Allahs und der Siegel aller Propheten, aller Propheten. Also das macht Allah sallallahu alaihi wa sallam, macht hier richtig deutlich, dass der Prophet Muhammad, der letzte Prophet ist damit. Weil er sagt Rasulullah, er ist der Rasulullah und der Siegel der Propheten, der Siegel der Propheten, also nicht andersrum. Und das ist wieder eindeutig der Beweis dafür, dass der Propheten der letzte Prophet ist. Ja, dass er der letzte Prophet ist, und nicht der letzte Rasul ist. Nochmal nebenbei. Nun kommen wir zu der Stelle im Koran, wo es heißt, der letzte Prophet und nicht der Siegel der Propheten. Erstmal, der Koran wurde mit sieben Kirat, also mit sieben Dialekten, offenbart. Also Jibril alaihi wa sallam hat mit sieben Dialekten im Koran an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam offenbart. Das ist Ijma, Konsens. Da gibt es Bukhari-Hadith, Muslim-Hadith, Abu Dawu, Timizid, sehr viele Quellen dazu, dass es mit sieben oder beziehungsweise mit zehn Kirat, Jibril alaihi wa sallam, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam im Koran offenbart hat. Sieben Kirat, was bedeutet das? Sieben, so gesehen, Dialekten. Ja, Dialekten. Zum Beispiel, ich gebe nur Beispiel, Maliki Yawmiddin, der Herrscher am Tage des Gerichtes. Dann gibt es einen anderen Kirat, wo es heißt, Maliki Yawmiddin. Die Herrschaft gehört ihm am jüngsten Tages. Die Herrschaft und einmal der Herrscher, der König. Und das sind zwei verschiedene, nicht verschiedene Bedeutungen. Das ist die eine und dieselbe Bedeutung, nur wie gesagt, mit mehreren Dialekten wo der Koran offenbart. Das ist auch ein Hikma von Allah sallallahu alaihi wa sallam, damit wir den Koran noch besser verstehen können. Ja, damit wir den Koran noch besser verstehen können. Also es ist eindeutig der Koran. Ja, deswegen. Also einmal heißt es der Herrscher und einmal heißt es die Herrschaft. Einmal Maliki Yawmiddin und einmal Maliki Yawmiddin. Ja, das nochmal nebenbei. Doch bei Koran, bei dieser Ayah, Surat Al-Achzab, Surat 33, Vers 40, wo es heißt, Chatemenebiyin, da gibt es auch ein Krat von Asem, von Asem, ja, und da heißt es Chatemenebiyin. Also nicht mit Fetha, Fetha ist ja oben Strich, ja, wenn da oben dieses Ding da ist, Strich, sondern unten, Kesra. Chatemenebiyin. Und Chatemenebiyin, wenn man jetzt die arabischen Lugat Al-Arabiyak anschaut, die Lexika der arabischen Wörterbuch, da findet man sofort raus, das heißt, der letzte Prophet, nicht der Siegel der Propheten, sondern der letzte Prophet. Also Chatemenebiyin mit Kesra, statt Fetha mit Kesra, ja, Chatemenebiyin. Also, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ist der letzte Prophet, bedeutet es, laut dieser Dialekt, laut dieser Krat, ja, von Asem. Und daraus kann man ganz klar verstehen, dass hier nicht nur der Siegel der Propheten gemeint, sondern der letzte Prophet gemeint ist. Weil, wie gesagt, es gehört zum Koran. Wer das ablehnt, lebt auch den Koran ab. Und wie gesagt, in der arabischen Sprache steht es auch im Wörterbuch so geschrieben, Chatemenebiyin heißt einfach der letzte Prophet und nicht mehr der Siegel der Propheten. Wort für Wort so zu verstehen. Deswegen kommen wir mal bei dir an und sagen, hey, damit ist gemeint, der beste Prophet. Ja, die kommen mal wieder mit irgendwelchen Sachen an. Ja, normalerweise gibt es genug Hadithe. Omar Adiyallahu An hat gesagt, nochmal nebenbei, Omar Adiyallahu An hat gesagt, äh, nicht Omar, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt zu Omar oder zu den Leuten, hat gesagt, wenn Omar, wenn ich nicht ein Prophet wäre, wäre Omar ein Prophet gewesen. Ja, also Omar, wenn ich nicht ein Prophet wäre, weil er ist ja der letzte Prophet, der Hateman Nabi'in, der Hatemin oder Hatemin Nabi'in, der letzte Prophet, wenn ich nicht ein Prophet wäre, wäre Omar ein Prophet gewesen. Das ist der Beweis dafür, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gestorben ist und immer noch Omar kein Prophet ist. Warum? Weil der Prophet, der letzte Prophet, Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam ist. Und wie genauso im Koran steht, Khate min Nabi'in, also wie gesagt, mit Kesra, statt mit Fethra, Kesra, dann weiß es mal ganz genau Bescheid, laut Logat al-Arabiyya, laut Lexika, arabischen Lexika, Wörterbuch, das ist der letzte Prophet, Wort für Wort, zu verstehen ist, ohne Wenn und Aber. Wenn jemand immer noch sagt, nö, das ist der beste Prophet, oder Traladi Tralala, ja, da sagen wir, okay, hier, also du kommst, du kannst nicht mehr mit dem Koran ankommen, weil der Koran sagt, Khate min Nabi'in auch, ja, laut Asams Dialekt, also Qrat, und deswegen muss man es auch annehmen, man muss auch mal daran verstehen, den Koran auch mal lesen, wenn man daran nicht glaubt, sollte man sich ein Wörterbuch mal kaufen und mal reinschauen und da wird man ganz genau feststellen, dass Khate min Nabi'in, oder Khate min Nabi'in, der letzte Prophet bedeutet.